Jo Leute, euer Name der Weg, kommt zurück zu PokerWoke. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja recht weit gekommen sind, und zwar bis Runde 108, was halt echt ein Wunder war, nur daraus ich halt einen zweiten Teil gemacht habe. Erst bei 61, dann habe ich ein paar Aufnahmepausse gemacht, weil das anderthalb Stunden war, dadurch, dass ich den täglichen Run gemacht habe, und das dann noch angehängt hatte, weil der tägliche Run nicht so viel war, aber ja. Dann haben wir halt das Pride-Update noch, und, ja, was ich sagen würde, ich mache das nochmal so. Diesmal packe ich Maustiziers nach vorne. Wir haben halt verschiedene Geschlechter sogar. Mitnahme Techniker? Okay, das ist gut. Äh, das ist eigentlich egal, ne? Wesen, Intis... Wir machen mal Inti hoch. Äh... Welcher... Das, okay. Mitnahme... Das ist das. Das ist das, da drin nennt sich halt nix. Ja. Zack. Zum Team hinzufügen. Und dann nehmen wir wieder... Wo haben wir die beiden? Die andere, Datiri. War halt Datiri, ne? Der Name. Die völlig verpeilt. Also so wie immer. Ich mag mir nicht so oft die Namen. Genau, Datiri. Wollen wir mal... Ja. Rech plus Angriff. Minus Spezialverteidigung. Sanft. Wir nehmen das Freche. Jo. Und... Dann nehmen wir noch... Wie vorher ihn. Den Scarpisco. Mega bumm. Die Fähigkeit ist so cool, ey. Wir haben ja die richtig aus dem Leben gehauen dadurch. Machen wir es wieder so. Ich hätte auch Haspiron nehmen können, aber... Warum sollte ich... Mogelheb. Zack. Techniker. Äh... Nix Angriff. Okay, das haben wir vorhin noch nicht gehabt. Äh... Mogelheb. Zack. Und... Heula. Oh, Iniko haben wir noch gar nicht. N-n-n. Iniko haben wir noch gar nicht. Hm... Naja. Nicht so wirklich gut, aber... Ist halt niedrig, glaube ich, ne? Umso höher, umso besser werden sie ja nachher Zeit. X-Verteidigung. Tauzi. Natürlich. Dann machen wir es erstmal wieder mit Mauzi. Buckebälle dazu. Hm. Es gibt's einige, die mich gar nicht fangen. Ups. Das vergesse ich jedes Mal. Ich drücke einfach weiter. Passiert. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. In der Regel... Schnarcher. Äh... Ja, komm. Kannst du sonst wo hinstecken. Hey, ich hab dich noch nie gesehen. Lass uns kämpfen. Was für eine Stimme. Mogelheb. Tschüss. Mogelheb. Ach ja. Stimmt ja. Wenn ich ja nicht wechsle, dann bleibt das ja. Hab's vergessen. So wie immer. Hey. Wenn ich älter bin, werde ich dich besiegen. Versuch's doch. Karte. Ich nehm mal ein Trank ausnahmsweise. Und die Karte. Zigzags. Mogelheb. Render. Ab 10, dann wechsle ich wieder, dass wir dann die anderen weitermachen. Ähm. Ich nehm mal ein Pokéball wieder mit. Und die Weier. So. Gut, dass die dann nicht angreifen können. Soll sie stürme. X-Verteidigung. Rein damit. Da bist du ja. Ich habe schon überall nach dir gesucht. Hast du etwas vergessen? Deine beste Freundin. Tschüss zu sagen. Du folgst dein Traum, oder? Das ist wirklich heute. Naja. Ich vergebe dir. Dass du mich vergessen hast. Aber nur unter einer Bedingung. Du musst gegen mich kämpfen. Gib alles. Wir wollen doch nicht, dass dein Abenteuer endet, bevor es begonnen hat, richtig? Warum spreche ich sie eigentlich so? Ach, guck mal. Die ist mal die Pflanze. Die ist mal die Pflanzen-Pokémon. Alles klar. Hm. Ich müsste da Tiri immer ein bisschen leveln, ne? Ach ja. Ach. Ist alle. Die Attacke ist leer. Passiert. Du hast gerade erst angefangen und bist schon so stark. Du hast sowas von betrogen, oder? Ich mache nur Spaß. Ich habe dich verloren. Ich habe das Gefühl, dass du erst dort draußen weit bringen wirst. Übrigens, der Professor hat mich gebeten, dir diese Items zu geben. Ich hoffe, wir sind hilfreich. Gib immer, wie immer, dein Bestes. Ich glaube an dich. Ich bin einfach super, dumme. Oh, ja. Schillerndes Ei. Lass ein schillerndes Pokémon aus einem Ei schlüpfen. Ich schlüpfe. Ich schlüpfe. Sandschleier sanft. Okay. Ist er ins Team gekommen? Ein Klippet. Klippet. Okay. Ein Hunduster. Oh, lass ein Sublegender Pokémon aus einem Ei schlüpfen. Typ 0. Okay. Klar, warum nicht? Unheizklaue. Medi... 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 Ein Klippet. Ein Nordmifien. Okay. Noch Nordmifien. Ein Koalilu. Ein Sneebel. Ein Flampion. In Eisform. Ein Fokita, wie die Hecht alle dabei sind, ne? Ein Galapal Floss. Ein Kramurax. Ein Elekate. Ein Flanival. Okay. Ein Zipa. Ein Flapberix. Der zucker sensationell kapiert. Elekate. Okay. Junge, Junge, das ist ganz schön stark geworden, ne? Also halt gut was dazu bekommen. Äh, was nehmen wir denn? Ich nehme mal Trank. Nee. Äh, der Tiri. Gutscheine. Eierliste. Wir haben die hier noch. Äh, Eiergacha. Okay, was... Was haben wir da eigentlich bekommen? Äh, statistische Spielzeit. Sechs Stunden, sechs Minuten. Sieben Sekunden. Pokémon. Junge, 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 Junge. Äh, Erfolge. Ah. 100 PT? Lass ein schönes Pokémon schlüpfen. Genau. Das war auch so cool. Mit dem DNS-Kile. Naja. Mäh. Senkt man mein Angriff-Tor? Wie? Wir müssen halt leveln, das Vieh, ne? Also, der Tiri. Wumm, wumm, wumm. Und wir leveln ja jetzt auch die anderen mit, also passt schon. Äh, Schneider. Geh mich jetzt mal im Rauzi. Mach mal Heula weg. Fäkuli, Boss. Warum Fäkuli? Naja. Äh, ja, du, mich auch. Nö. Und tschüss. So. Oh. Ein Skoppel. Also, ein Skoppel. Okay. Ba-ba-ba. Ah, ein Pikachu wieder. Ah, das wollte ich ja beim letzten Mal schon mal fangen, ne? Ähm, kleinen Moment. Ich mach kurz zu Hause, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Musst du kurz was erledigen. Äh, ja. Ups. Ich muss noch mal was anderes zu machen, deswegen komm ich da grad nicht rein. Nice. Äh, ja. Ich mach zu der Tiri. Das war schlecht. Das war auch dumm. Warum, warum, warum? Was mach ich denn da eigentlich? Ich hätt gleich so machen wollen. Naja, passiert. Passiert, passiert. So, okay. Ich bin so dumm manchmal, ey. Zack. Einmal beleben, einmal beleben. Naja. Das war halt der blödeste Move ever eben von mir. Passiert. Wenn man zu dumm ist und das so macht. Ach du Scheil. Mist. Mann, was mach ich denn jetzt grad? Völlig unkonzentriert grad. Vielleicht hätte ich nicht mehr drin rausgehen sollen kurz. Naja. Naja, naja. Machen wir so. Okay. Morgeheep. Zack, Techniker. Ne, ich wollte nochmal Morgeheep machen, aber geht ja nicht. Völlig vergessen. Schmier. Schon wieder völlig vergessen. Äh, so. Zack, pack mit dir. Wir müssen unbedingt wieder beleben, ne? Nimm mal Sonderbaum. Das Pikachu, ne? Das Pikachu. Äh, ich will mal kurz was gucken. Kann bei Berühren durch statisch aufklären. Ahaha. Donner-Schock, Elektro-Faite, da bitte in Donner-Welle. Aha. Ah, Quakenare. Zack. Zack. Äh, b-b-b-b-b-b. Dank. Na bitte heilen. Wir wechseln da immer. Egal, dass du komm her. Zack. Klar. Meine werden gleich K.O. gehauen und das. Naja. Naja, naja. Nix Neues irgendwie. Nix Angriff. So, dann machen wir dich mal weiter. Wie cool, ey. Walz ja immer. Die sind einfach viel zu schnell für mich grad. Was auch immer. Ein Dreschfliegel, okay. Gesang. Ja, nö. Äh... Ich nehm nix Angriff. Und wechseln. Meeh. Zack. Ja, sind so geil. Mit Mautzi eigentlich. Wir brauchen unbedingt wieder Zahltag. Und Riesen-Nugget. Wie ein Riesen-Nugget. Ne, Mautzi wechseln wir nicht. Aber dich. Zack. Dann machen wir einen Mogelheb. Einmal auf ihn. Und Donner-Schock auf Taubsee. So. Offenlegung auf Taubsee. Donner-Schock auf Bidiza. Zack. Weg mit dir. Zahltag. Da haben wir sie doch wieder. Ich mach's so schnell, da wir wegkommen. Ist egal. Zahltag ist besser. Meiner Meinung nach. Geben wir halt ein bisschen mehr Kohle, ne? Äh... Komm. Der Tiri soll mitleveln, deswegen. Der Tiri soll mitleveln. Mautzi einmal. Tiri einmal. Und Scampisco einmal. Äh... Wie viel haben wir? 18. Ja, komm. Und Pikachu. So. Noch ein Pikachu. Nein. Ich will Mautzi nicht auswechseln. Hm. Lassen wir mal so. Zahltag. Ne, wir machen erst mal Mogelheb. Auf Pikachu. Äh... Bidiza. Zack. Zack. Zahltag. Macht Pikachu. Dann macht schon Bidiza. Klar. Für mich auch. Pikachu, ey. Kriegen wir jetzt nochmal Kohle. Vor allem jetzt tauchen mal die Pikachu's auf, ne? Äh... Offenlegung. Dörrschock. Tschüss. Junge, Junge, Junge. Elixir. Elixir. Wir haben halt nicht mal einen Hyperdrang, ne? Shit. Und 10 AP für alle Attacke eines Pokémon wieder her. Ah, nö. Wir brauchen jetzt erstmal Heilung. Ein Relaxo. Okay. Okay. Kann ich... Bo... What the... Was zur Hölle? War denn das? Sag nicht, ich bin jetzt völlig im Eimer. Was ist das denn für ein blödes Vieh? Ah, okay. Verstehe. Warum zur Hölle? Ich verliere vollkommen Haus hoch. Äh... Das war's. Das war's. Okay. Was zur Hölle war denn das? Äh... Ich würde gerne... Aspiror mitnehmen. Und da ändert sich halt nichts speziell. Ich mach zackhaft. Aber wenn sich nämlich nichts ändert, ist das ganz gut. Ja, ist in Ordnung dann so. Aspiror. Und... Wir nehmen die anderen beiden wieder mit. Wo waren die nochmal? Obwohl, warte mal. Wir haben doch auch Mr. Typ 9, ne? Bekommen. Da. Was ist bei ihm eigentlich? Hm. Anheiz-Clown. Es ist aber langsam. Hm. Nee. Dich nehm ich mit. Und natürlich... Ich mach lieber so, obwohl... Nee, ich mach so. Obwohl. Moment. Nee, Angriff geht noch mehr dann. Ich mach so. Okay. Okay. Mach so. Zack. Ohne Mautzy diesmal. Ist in Ordnung. Dü-dü-dü-dü. Klaps. Tschüss. Weg war's. Hyperbälle gleich am Anfang. Danke. Warum auch nicht? Hm-m. Warum halt auch nicht? Aber ich hätte lieber eine B-Teile da jetzt schon gehabt, ey. Sagen wir es, wie es ist. Einen Sonnenkern. Klaps. Latscher. Ähm... Klaps auf dich. Und Akkorn auf dich. Ja, eine Initiative sinkt. Eine Initiative sinkt. Junge, Junge, Junge. Hört mal auf damit. Bälle. Superball. Äh. Buckerball meine ich. Bleib drin. Ich sagte, bleib drin. Ich sagte, bleib drin. Meine Güte, ey. Hm. Okay. Kixer. Batscher. Dann halt nicht. Kannst mich mal. Wiegen. Nice. Dann komm her. Geben wir den mal. Ich hätte heilen können, aber naja. Irgendwann hab ich es nicht gemacht. Dü-dü-dü-dü. Tschüss. So. Trank einmal geben. Und Trank einmal geben. Ich habe gerade verloren und suche nach meinem Pokémon. Warte. Du siehst schwach aus. Lass uns kämpfen. Klar sehe ich schwach aus. Immer wieder gerne, Junge. Tschüss. Und tschüss. Tschüss. Sehr schön. Zack. Und weg mit dir. Äh. Ich habe keine Pokémon mehr. Wie das wohl kommt? Top. Was soll ich denn mit Top-Trank, bitte? Hm. Ah, wieder hell, wenn der Träger von einem sehr effektiven Antag getroffen wird. Ach nö, egal. Komm. Hier. Kannst du haben. Ein Fililu. Hm. Hm. Wichser. Bleib drin, komm. Hab dich. Hm. Weiß ja nicht, ne? Super Sonnenbonbon. Erhöht das Level aller Teammitglieder um eins. Okay. Das ist ja geil. Da haben die schönen andere Items mit reingepackt, ne? Muss man schon sagen. Schöne andere Items. Pizza. Pizza. Na, Korkenare. Hm. 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 Moment. Mach ich denn da? Pizza. Pokémon. Waspiroa. Zack. Weg mit dir. Pizza. Hallo? Wie? Nein, keine Frustration. Pizza. Frustration geht mir auf den Nerv. Ah. Okay. Müssen wir unsere Pokémon einmal kurz ein bisschen heilen. Bitteschön. Und X-Angriff. Da bist du ja. Ich hab schon überall nach dir gesucht. Hast du etwas vergessen? Deine beste Freundin Tschüss zu sagen? Du folgst deinem Traum, oder? Das ist wirklich heute? Naja, ich vergebe dir, dass du mich vergessen hast. Aber nur unter einer Bedingung. Du musst gegen mich kämpfen. Gib alles. Wir wollen doch nicht, dass dein Abenteuer endet, bevor es begonnen hat, richtig? Ich mag die Idee gar nicht. Okay. Tschüss. Siehst mich nicht. Weg ist es. Dim. 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 Ruck. Okay. Zack. Und tschüss. Ja, Pechkert. Du hast gerade erst angefangen und bist schon so stark. Du hast doch sowas von betrogen, oder? Ich mach nur Spaß. Ich hab mir ehrlich verloren. Ich habe das Gefühl, dass du es dort draußen weit bringen wirst. Übrigens, der Professor hat mich gebeten, dir dieses Item zu geben. Ich hoffe, sie sind hilfreich. Gib mir jemandem Bestes. Ich glaub an dich. Du glaubst gar nicht an uns. Wir wissen, wie du später wirst. Also du glaubst gar nicht an uns. Die Alte, ne? Zack. Die Tiere, bitte schön. Versuch Glutazöle. Mit deinem Glut. Tschüss, Heule. Passt. Okay. Dich wechsel ich ein. Komm, Scampisco. Nö. Äh. Aquaknarre. Klaps. Einen guten Schlag. Jetzt mal Verteidigung senken. Na, danke. Hm. Senkt doch noch die... Ihr seid doch blöde Fischer. Ihr seid doch so blöde Fischer, ey. Wie gemein das einfach ist. Wir müssen gleich wechseln, ne? Hm. Tschüss. Okay. Weil wir das halt immer noch drauf haben, die Effekte. Solange wir nicht wechseln. EP, Tyna. Nice. Ja, damit. Boss Miraplei. Ja, ich will wechseln. Komm, ich bin immer da, Tiri. Fischer. Fischer ist ganz schön stark. Hm. Schraub dich. Joa. Es geht. Könnte besser sein. Aber was will man machen? Wird ich mal so behaupten, ne? Äh, ich hab 16 erhöht. Komm her, Aspiror. Du darfst ein bisschen leveln. Jetzt haben wir zum Glück Doppel-DP-Teiler. Das passt schon mal nochmal besser. Klau. Nee, brauchst du nicht. Wir wissen, dass das doof ist. Das Ding, ne? Vergiss es. Ich nehme lieber das hier. So, weiter geht's. Wir brauchen bessere Attacken noch, ne? Ich weiß gar nicht, ob man weiter lernt und entwickelt. Dann komm mal her. Einmal geben und einmal das. Nö. Ja. Zack. Klaps. Ne Quarknarre. Wenigstens eine Eins ist schon mal weg. So, zack. Aber es ist halt immer noch schneller, ne? Das ist unser Hummer. Äh. P-p-p-p. Einmal heilen, bitte. Und wir nehmen einmal ein Nugget. Wir brauchen nämlich die Kohle. Nö. Okay, Klaps hat halt einfach noch ne Menge. Und tschüss. Oh. Oh. Ein Eisenhals? Was zur Hölle? Und, was kriegen wir da? Oh. Ein Furienblitz. Ist das schlecht? Oh, Junge. Ist das schlecht? Ah, naja. Was will man machen, ne? Was will man machen? Leider gar nichts. Hier. Kannst du auch haben. Dreschfliegel. Ich bleib. Erstmal bei ihm. Bisschen leveln. Ich weiß halt nicht, an welcher... Wann hat er die Attacken erlernt. Level 11. Mülltreffer. Bringt ein Pokémon an, wenn er schmeißt man nur auf das Ziel. Vergiftet ist eventuell. Nee. Lass mal. Wir brauchen ne neue Attacken. Ich hätte vielleicht doch Mülltreffer, aber lehren sonst. Aber shit happens. So. Warum? Da fährt er wirklich nicht so ex-angriff. Hey, Pigantchen. Und du bist Pikachu. Mach mal Bitterkostensvieh. Mist. Willilu. Äh. Mann. Zu hell. Ich hab falsch gedrückt. Wollte das hier machen, aber ging ja nicht. Tschüss Willilu. War ja klar. Irgendwie. Ich hätte vielleicht erst mal Miraplan nehmen sollen, ne? Und deswegen nämlich. Naja. Haspiro versorgt Galanterie zu erlernen. Was ist das denn? Und wenn du ermöglichst, den Ziel direkt nach innen zu haben, solange denn wenn er als erstes zum Zug kommt. Nee. Ich brauch bessere Sachen. Was besser ist. Komm her. Ich. Ich belieb dich mal doch wieder. Hier Stück haben wir noch. Haspiro muss ihm heilen. Okay. Pokéball. Momentan kriegen wir voll die komischen Pokémon, ne? Naja. Blut. Wow. Sieht ja gar nichts ab. Ah. Okay. Einmal Trank geben, bitte. Und... Nimm Pokébälle mit. Pokébälle. Tschüss. Zack. Hand weg. X-Verteidigung. X-Verteidigung. Cool. Ho-ho. Ho-ho-ho-ho-ho. Ja. Wer sag's denn? Hm. Haspiro gegen... Haspiro gegen Schlapprohr. Hab dich. Normal. Schambolzen. Lasch. Zeitung plus. Naja. Ist das eine gute Idee. Aber... Naja. Schau mir einfach mal, ne? Mega Sauger. Versucht mehrere Platze zu erlernen. Machen wir ab, Sauber weg. Ist ja schlechter deswegen. Äh... Tup, tup, tup. Okay. Tampion. Schon wieder mal. Tum, 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 tum. Äh... Datiri. Das Problem ist... Ne, doch nicht. Ich dachte, ich mach's das Blatt damit. Starism. Ah... Lauf mich paralysieren, du Missvieh. Jetzt haben wir wenigstens eins. Okay. Okay. Hm. Gar nicht so übel, ne? Tschüss, Mirapla. Auf Wiedersehen. Äh... Bei Mirapla war nicht wirklich gut. Warum ist Hyperheiler denn so teuer, ey? Komm, hier. Und... X-Verteidigung. Nils. Klar, greift immer zu... Ach ja, wir sind ja paragesiedelt. Warum zur Hölle? Tschüss. Klar, trifft das trotzdem, ey. Oh. 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 Ah, einmal X-Verteidigung dranhauen. Hehehehe. Ich bin zuversichtigt in meinen Berechnungen und Analysen. Was zur Hölle. Was zur Hölle. Okay. Ach ja. Ich hab ja vergessen, dass wir ja immer noch paralysiert sind. Warum auch immer ich das jedes Mal vergesse. Rückkehr. Tschüss. Und... Rückkehr. Nochmal Rückkehr. Und nochmal Rückkehr. Tschüss. So, so, so. Ich hab's wohl jetzt verlassen, so viele Leute zu erlernen. Äh... Mach mal Heule weg. Faschfliegel. What? Keine gute Attacke, ne? Oh. Berechnungen und Analysen sind keine Gegner für den Zufall. Ach, willst du was? Komm her. Es nervt. Nix Verteidigung. Aber noch eins rein. Zack. Zack. Autsch. Weg mit dir. 15. Karte. Die Karte. Mh, 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 mh. Wir haben gleich keine Kohle mehr. So, wir nehmen aber die Karte mit. oh wie schön dich hier zu treffen sieht es aus als wärst du noch umgeschlagen nicht schlecht ich weiß was du denkst und nein ich habe dich nicht verfolgt ich bin einfach energie gewiesen ich freue mich für dich aber ich muss dich wissen lassen dass es auch okay ist ab und zu mal zu verlieren wir lernen oft mehr aus unseren federn als aus unseren erfolgen auf jeden fall habe ich für unseren rückkampf hart trainiert also zeig mir was du drauf hast eine hexe hat wirklich hart trainiert ne tschüss schlapper oder nicht okay ich wollte schon sagen was zur hölle warum wechselst du was fällt dir ein einfach vorbei gegangen warum du kannst mich mal das ist ne gute idee ach man ich hasse es warum musst du mal fliegen warum habe ich denn gerade so eine a-karte gezogen meine güte ach ja ging ja nicht schon wieder vergessen wie ist der müll mit dem fliegen gerade hmmm tschüss weg mit dir jungen ey du bist Vieh und tschüss ist das gemein warum ist denn das gerade so ein Gies Geh und tschüss äh na klar weg ist doch einfach dufbar frequently ha 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 blöde koh Okay. Wir probieren es nochmal. Naja, laber nicht. Ich hasse dich. Ich möchte es schaffen. Na, wächst bestimmt auch. Besonders wenn wir gleich angreifen. Oder auch nicht. Na, hä? Was von der Mist? Hm. Warum habe ich jetzt Platsche eingesetzt? Weil ich falsch gedrückt habe. Na. Ah, Notdünger. Na klar. Hm. Ehrlich jetzt? Ja, klar. Flieg doch mal wieder in die Höhe. Bäh. Hm, hm, shit. Echt Stachelsprache machen sollen. Holy lolilolu. Und dann geht ihn daneben. Bei ihm aber auch. Boah. Missfiel. Und tschüss. Dass das fliegen kann, ist halt echt nervig. Junge, hör doch mal auf damit. Wetten. Weg mit dir. Junge, ey. Soll mir hier nicht so auf die Nerven. Wasserdüse. Hat ja sehr viel gebracht. Und tschüss. Hei, hei, hei. Was ist das für ein Müll? Hau bloß ab. Huxo keep. Äh, Platscher. Und tschüss. Ah. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sollte dieses Mal doch nicht verlieren. Na gut. Das bedeutet, ich muss noch härter trainieren. Ich habe noch eins von diesen Dingen. Kein Grund mir zu danken. Das ist aber das Letzte. Du bekommst ab jetzt keine Geschenke mehr von mir. Bleib stark. Viel zu wenig Kohle bekomme. Und Toppe Leber. Okay. Einigermaßen mal. Und Toppe Leber. Gebe ich wem? Der Tiere. Di, 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 di. Blu, hu, 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 tschüss. Nice. Die Mathe ist mein Absauber. Genau. Frustration. Wie sieht's aus? Und tschüss. Egal. Doppelkick. Gut. Hasbierrohr. Äh. Ich mach mal. Ein Ickler weg. Nimm mir eh nicht. Deswegen. Hasbierrohr lebt. Doppelkick. Doppelkick. Öh. Duttuttuttutt. Okay. Nee. Ich mach das. Dann kann die keinem grad leben, ne? Doppelkick. Ich fang's mal. Diese Musik, ey. Hm. Naja. Doppelheber nochmal. Bringt das jetzt nochmal was? Komm. Kriegen die halt wenigstens noch ein paar Erfahrungspunkte mehr. Deswegen passt schon. Doppelkick. Junge. Was war das denn für ein schwächlicher Angriff? Das war besser. Oder machen wir nämlich so? Zack. Auch nicht besser. Ah. Wir werden Probleme wahrscheinlich haben, ne? Ihr lebt alle kampfunfähigen Puppen wieder und stellt die KP wieder vollständig her. Den T.T.M.B.S.A.K.N.O.S.T. Tieri. Glut. Okay. Ruckzuckieb. Äh. Nein. Ekelsam ist ekelhaft. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Schläfe das mal ein. Glaubst du mal drin? Tschüss. Äh. Okay. Nice. Nur Dünger ist ein Nerve hier. Danke. Ja, kein Wunder. Verteidigung ist ja auch enorm bei ihm. Hm. Lohnt sich aber nicht. Ist halt, naja. Na, nur Daterin wickelt sich. Nice. Jetzt lernen wir auch Nitro-Ladung. Sehr gut. Tip 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 tip. Äh. Ja. Ich mach Ruckzucki weg. Ja. Piechne. Mal gucken, wie stark der nächste Gegner wird, ne? Hypertrunk, zack, hier, kannst du haben. Oh, ich hoffe, der angenehme Duft meiner Pokémon lässt mich nicht wieder einschlafen. Erika. Hm. Das ist Musik, ey. Autsch. Die, 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 die. Nitroladung. Nitroladung mit mit dir. Mist. Das Problem ist... Da nimmt zumindest EP jetzt. Bugs keep. Ich habe das Spiel leise gemacht, bei mir auf den Ohrn, aber eigentlich ist die Musik干 assign lauter, ey. Latsshi, abschiss! und tschüss wow das war knapp das war wirklich knapp ich muss das mal wechseln natürlich ging er vorbei junge und tschüss sorry hansbierrohr humping Das bringt halt gar nichts, ne? Starry Spore. Das bringt halt auch gar nichts. Hm, Angriff steigt. Angriff steigt. Giga Logger, ey. Junge, Junge. Attacke misset, Attacke misset. Wow. Äh, ja. Das bringt halt nichts, ne? Sag ich ja. Äh, Rückkehr. Maaan. Ah. Und tschüss. Bäh. Ah. Mach nochmal. Hm. Du-tututu. Du-tututu-tudu. Du-tututu. Äh, tschüss. Aktivnis, ey. So, weg damit. Initiative steckt halt. Anziehung, alles klar. The thickness is in love. Und weg. Weg mit dir, bloß. Vielleicht hätte ich vorher schon so angreifen müssen. In These, was ist das denn? Oh, die Musik ist viel zu laut auf dem Moment. Oh Gott. Meine Güte, irgendwann habe ich eben, glaube ich, angefangen zu schreien, ne? Ich kapier das an, wenn es auf die Menge hängt vom Wetter ab. Was? Okay. Auch nicht schlecht. So. Nitroladung. Hm, denken wir an meine Genauigkeit. Klar. Boah, ich hasse sowas, ne? Ich hasse sowas. Und tschüss. Geschafft. Na geht doch. Haben wir noch ein Versuch mehr, aber dann passt das. Akrobatik. Ah, nice. Tschüss, Pika. Sorry. Aber die brauche ich nicht mehr. Wir sind einfach schon wieder bei 50 Minuten. Fetter Pult. Ja. Wir machen jetzt Rapatcha weg. Dass wir die nicht außerdem nehmen, so wie ich mich kenne. Ah, es scheint, dass ich verloren habe. Hi, gut, schalen, nice. So. Wir dürfen kein Gebiet ausfielen, warum nicht? Wir sitzen so Musik, das ich zu leise klammend. So. Den, 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 den. Nö, nö. Äh. Nitroladung. Klaps. Okay, sehr cool Nitro-Ladung Und Klaps Und tschüss Scham Kanten brauche ich nicht Ich versuche Drückzug Krebs zu erlernen Klatscher, weg damit Niemand ist Nja Nö Hätt's nicht besser sein können Du 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 Bebebe Se Trommeron Ah ne, komm Lassen wir Äh, Hasbiroa Sonne Aber man Gebe ich Schlapper Hier Du 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 Nö 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 Was Clare Smog Anwender greift das hier mit speziell Spezial gefährdigen Schlamm Klumpen an Set Statusveränderung zurück Ach ne, komm Ich hab das hier jetzt auch nur so dabei, ne Ja Das ist mir eigentlich relativ Was es so kann Zack Zack Oh Loreblood Hm Okay Nice Sehr schön Wääh Was zur Hölle ey Level up, level up, level up, level up Wollt der Knecht War nochmal was Entzünder sie um Achso Ja Musst ja immer wieder angreifen Ups Ja Das war aber zu schnell Doppelflügel Ne, brauchen wir ja gar nicht mehr Ob wir halt die Attacken haben, die wir brauchen Obwohl, ne Doppelflügel hab ich doch erlernt gehabt Weil Oder? Ne Mist Mann, manchmal bin ich ein bisschen durch, aber naja Passiert Äh Tschüss War ich nicht War ich nicht Sowas würd ich niemals machen Ähm Hm Nimm Sonderbamma mit Dafür Kannst du haben Doppelkick Wir machen einfach Hasbiro dabei und ein Schlapper Tschüss Golaum Brauchen wir nicht Die Achse Achse will ich lernen Pokémon verraten dich nie Sie erwidern die ganze Pokémon verraten dich nie Sie erwidern die ganze Liebe die du ihnen gibst Ah Vielleicht Mit die F Tschüss Hatte ja gar Angst gebracht Ein bisschen Maul reinzusetzen Es im Maul reinzusetzen Na dann Moment So, okay Probatik Tschüss Junge Junge Agilität Brauchen wir gar nicht lernen Aber wir werden die Attacken haben die wir bei ihm gut Geheißen Na nur für Lou entwickelt sich Dem Dem So Cle Cleopada Cleopada Ähm Tschüss Ich liebe die Attacke Lockduft Nee Klau Messer Können wir erstmal nehmen Dreschpflege ist halb doof Katapult hätten wir auch wegmachen können Naja Mäm bäm Tschüss Pam 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 Nee Brauchst du nicht lernen Weil das doof ist die Attacke Pampean Tschüss Ah So sollte das nicht laufen Habe ich Habe ich die falsche Mischung verabreicht Klar Vor allem wie teuer das einfach wird langsam ne Wieder Wir machen das X-Volltreffer An Ninjax Sollen wir wechseln? Hm Hm Zack Tschüss Scham Naja Versuch mal Scham zu lern Klar Wann entwickelt sich Achso ja Hasbiro entwickelt sich ja nur durch Liebe ne Ob das hier genauso ist? Gewissheit Nee Shit ich hab A gedrückt Naja Passiert Ein bisschen unkonzentriert grad Naja X-Treffer Warum zur Hölle? Nee Moment Hasbiro Tignis Okay Zack Zack Tschüss Weg mit dir So Und jetzt die Tiefel Zack Akropatik Und tschüss Das war's Ich hätte wohl nur noch fangen können eigentlich ne Ach egal Hätte ja nur gut sein können Hätte Ähm Nee komm die brauche ich nicht rein Du bist gut genug grad Wir nehmen Superbälle mit Nee Rückkehr Rückkehr Und tschüss Ha ja Jetzt läuft das auch auch wieder ne Hat der Dukat gewährt einen großen Geldbetrag von 6100 Okay Können wir einmal so machen ne Pfeilen Obwohl Ähm Rückkehr Zack Tschüss Einfach zack Weg Ähm Ich piep bin Ich piep bin Gib her Oh ein Royal Hm Was zur Hölle war denn das? Was zur Hölle war denn das? Tropen Kick Tropen Kick Das war einfach Tropen Kick Hochmut Okay Hm Bleib drin Hab dich Na ja Super ist das Pokémon auch nicht Was Äh Stafette Behalt das für dich Gigasauger Äh Schüss Megasauger Eben Wald Oder Höhle Wir gehen in die Höhle Dann wechseln wir nämlich gleich mal Gott tipptipptipptti Messerdüse Wow, hat das hier abgezogen Das ist ein schön robustes Pokémon, ne? Bruchrüstung, deswegen halt Okay, Bruchrüstung und robust robustes Wesen Tschüss, Tampion. Ich nehm ihn einfach mal mit. Man kann ja mal gucken, ne? Ähm, einmal... Machen wir es so. Zack. Und zack. Und zack. Pack deine Sachen, es geht los. Ein Griffel. Was macht Katapult? Nicht viel, okay. Äh... Und sieh die Mantua. Was kann er denn eigentlich? Okay. Ist nur besiegst du uns gleich. Ist sonst besieg. Tschüss. Was ja meistens, wenn du die so durchwechselst, dann kriegen die ja noch mehr Erfahrungspunkte, ne? Ups, da hab ich nicht drauf geachtet. Mist. Naja, passt schon. Gut, dass ich den zweimal jetzt bei hab. So. Clownwisser. Kratzwuri kann weg. Ist halt nicht so eine Bombe, die Attacke. Obwohl, in der Kombination... Akkorele. Hm. Tschüss, Katapult. Äh, diesmal bin ich gestolpert. Du stolperst jedes Mal, wenn du... ...wenn wir gegeneinander kämpfen. Äh, genau. Aspiror. Ach komm. Wir machen das mal so. Zack. Und... ...dann... ...nochmal so. Und... ...nochmal so. Okay. Nimm dir x Angriff mit... ...ein Krakelo. Hm. Ja, mach mal. Das, wo ich... Äh... ...klar. Was ist denn das? Okay. Eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Tschüss. Einmal mitnehmen. Was haben wir denn da? Ich guck... Äh... Einmal... Zack. Und... Zack. Wie sieht das eigentlich aus? Okay, okay, okay. Was ist das? Wie sieht's bei dir aus? In Ordnung. In Ordnung. Ist eigentlich bei allen in Ordnung, ja? Ja. Gut, wir sind ja noch gar nicht hier so lange drin. X-Treffer. Golbat. Tschüss. Ja, aber wir aus den Legen gehauen. Hm. Kopfnuss. Versucht Haspirot zu erlernen. Ich mach mal Klaps weg. Steinhagel. Steinhagel. Katapult da weg. Äh... Die meisten sind halt eh immer nur Kanonfutter bei mir. EF, EM. Sollte eigentlich gut klappen. Was ich jetzt... Oder auch nicht. Voll. War doch zu stark. Klaps kann weg. Na nun... Der Tegnis entwickelt sich. Oh. Wollte ich nicht Skampiscon weiterleveln, dass er sich entwickelt zu Wumms. Eigentlich ja, ne? Äh... Ich nehm den... Äh... Naja Gutschein mit. Hm. Haben wir halt auch noch nicht. Das sieht ja so gar nichts ab. Ach, Megawumms wirkt jetzt schon. Okay. Äh... Okay. Naja. Naja. Manche Pokémon sind so, naja. Ich mag die Musik echt, die da drin ist. Das hab ich schon mal gesagt, ne? Superbälle. An E-M-E-F. Zack. Megawumms wirkt. Immer wieder. Okay. Das sieht aus, ob jemand keine Lust hatte. Das sieht halt echt danach aus, dass jemand keine Lust hatte dazu. Stunde sieben Minuten schon wieder. Oh. Äh... Ich nehm mal Pokéballe mit. Ein Mask mit. Man konnte Elektro talken. Miss wie. Ich glaub, da hat auch jemand keine Lust, aber sensationell einfach Spezialangriff. Und der Rest ist Müll. Hm. Hyperheiler. Das ist nämlich dumm, wenn das so ist. Zack. Okay, Sonderbomben. Ich kann mir den Namen irgendwie nicht klar. Ja. Ich kann mir den Namen irgendwie nicht klar. Nein. Warum? Warum bin ich manchmal so doof? Kopfnuss. Kopfnuss. Aber Kopfnuss geben dafür. Ah ja... Leber, zack, einer mit, zack, und zack. Wir haben schon wieder fast keine Kohle mehr, ne? Eine Voluminas. Okay, das war keine gute Idee, glaub ich, ne? Nicht wirklich, ne. Schlapp, oh. Oh, das tat weh. Was zur Hölle war denn das? Wow, was zur Hölle? Äh... Mit deiner Erdkraft-Promisserie, ey. Hm. Okay. Fang bringt immer ganz gut was. Nehme ich aber mit. Äh... Kommen sie die Manko weg mit dir. Tschüss. War ich nicht. Schon wieder bei 50, ne? Versucht, Schwertanz zu erlernen. Hatten wir denen das vorher auch beigebracht? Also das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ne, brauchen wir ja nicht mehr, weil wir die Attacken haben, die wir brauchen. Keine Pokéball. Ich wollte mal gucken, was das so heißt. Fügt einen zusätzlichen Item aus und Wahlmöglichkeit nach jedem Kampf hinzu. Okay. Karkland oder See? Wir gehen Karkland. Okay. Weiter geht's. Ein Riehhorn. Hm. Das kann's nicht so. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Sandsturm. Düm, düm, düm. Gegenschlag. Machen wir das. Okay. Die, die, die. Autsch. Ich fang ihn lieber. Oder auch nicht. Du wirst dran, komm. Aha. Sandsturm nervt, ey. So, weg mit dir. Agilität. Nö. Ein Doppelachse hat mir doch so gefunden, ne? Er hat die Anzahl der Level, die an Sonderbaumungen erhöht, um eins. Weißt du was? Ne. Ihn belebe ich erstmal wieder. Ähm. Ich bleib mal bei Schlappau und nimm dich. Rückkehr-Akrobatik. Oh, das hat ja gar nichts abgezogen. Ähm. Mann. Aber das ist lange, ey. Hm. Hm, hm, hm. Nicht schlappau. Klar, mach mal Explosion. Wow. Versuchte Aeroas zu lernen. Dafür hatte ich Cloth weggemacht, beim letzten Mal. Ähm. Steinkante. Anwender Stich-Tassi mit Spitzenstein. Hohe Vorstreffer-Chance. Erholung. Mach kaum weg damit. Ist egal. Äh. Das ist doch. Warum bleibst du nicht drin? Du bist doch gut geschmacht, du Vieh. Natürlich auf ihn. Beide? Warum? Wieso trifft denn das? Ich bin doch geflogen. Normalerweise triffst du was dann gar nicht. Hä? Warum? Zur Hölle. Dann ist das ja nicht mal so gut. Landgewalt. Aber... Nein, trotzdem recht gut zu sein, ne? Tschüss, Krakelo. Ich meinte nicht mal Kohle zum Beleben. Äh. Nix Tempo. Äh. Nix Tempo. Jetzt griff das aus. So eine heftige Attacke, ey. Hm. Oh, tschüss. Junge, Junge. Ich werde gerne mal eine Pokermäuble leben, ey. Oh, das bringt halt gar nichts. Lange nicht gesehen, immer noch nicht verloren. Du fängst mich an zu nerven, ich mach nur Spaß. Aber ehrlich, vermisst du dein Zuhause gar nicht? Oder mich? Ich, ich meine, wir vermissen dich wirklich. Ich unterstütze dich bei deinem Traum. Aber die Realität ist, du wirst früher oder später verirren. Und ich bin für dich da, falls du es tust. Wie immer, also zeig dir, wie stark du geworden bist. Domme Trollei. Ich hasse sie. Tja. Ne, geschlagen haben wir wieder. Hm. Woran das wohl liegt. Blitzkanone. Das wird doch ein Vogelpokémon, ne? Hm. Die Volltreffer... Die Trefferschance ist nur nicht so... Zielschuss auch noch. Wie sieht das hier an und trifft in der nächsten Runde garantiert. Ach komm, ne? Wir probieren das so, ne? Äh... Okay, das fällt was aus. Dummes Missfiel. Stahleboer. War es eigentlich eine Kulit hinten zu rufen? Tschüss. Hm. Tschüss. Ich habe Sandsturm noch erledigt. Oh. Zwango. Das war Zwango nochmal. Ja, tanzt. Und zum seltsamen Rhythmus. Bäm, bäm, bäm. Tschüss. Tja. Wirkt halt nicht. War klar, dass das passiert. Ob wir hier jetzt wieder verlieren? Hm. Die Achse... Die hatte ich ja durch den Disc bekommen, ne? War das nicht so? Hm. Bist du mich verarschen? Dumme Tolla? Hm. Weg mit dir, komm. Tschüss. Ah, Mann. Ich probiere es nochmal. Ja, ja. Klar, aber nicht. Ah, das ist so nervig. Alter, ey. Ja, das ist halt so nervig. Er macht uns auf jeden Fall keinen Schaden. Tschüss. Tschüss. Haben wir mal jede Attacke ausprobiert. Ähm. Ja, das hat ja nicht genauer, ich kenne auch, aber viel zu wenig. Hm. Trifft doch mal. Hm. 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 Stimme, das war ja gar nicht so viel, ne? Die Wegkraft. Ein Abschlag. Warum setzt sich denn jetzt Abschlag ein? Ich muss mal versuchen, dass ich das Zwang und Zelle. Hm. Tschüss. Hm. Hm. Schwerttanz. Mein Griffswert erhöht. Machen wir so. Standard 20, ey. Bedrohung. Tschüss. Abgewollt. Okay. Hm. Merkwürdig, dass ich jetzt mir nochmal gewinne. Nach allem, was ich getan habe, war es immer noch nicht genug. Wenn es so weitergeht, hole ich nie auf. Mimimimi. Wir müssen auf jeden Fall jemanden wieder beleben. Machen wir mal so. Ein super Trank. Zack. Ein Bonino. Die Musik geht aber auch ab. Gut, dass ich keine Kämmern habe. Mit dem Glück habe ich keine Kämmern. M-m-m-m-m-m-m. Machen wir mal ein paar Level machen. Schmeichler. Ah, ich würde keine D-Desk für die Attacke wieder haben, ey. Oh. Ich habe aber lieber das hier. Der kam ja vor, schon der Boss sich grad. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. So, weg mit dir. Zack. Wir müssen auf jeden Fall unsere Pokémon so allmählich wiederbeleben, ne? Dass wir wenigstens ein paar Braungspunkte noch kriegen. Zum Beispiel du uns als auch entwickelst. Hm, hm, hm. Autsch, diese Attacke, ne? Ist einfach die Hölle. Na klar, das war dumm von mir. Das war sehr dumm von mir. Ähm. Tschüss. Es ist einfach die Hölle, ey. Okay. Tschüss. Hm. Ich mach das jetzt, ne? Ich erlebe sie trotzdem mal wieder. Dass sie wenigstens die Erfahrungspunkte kriegen. Ein Wurmer wird geheilt. So, wie... Ja, wo? Tank. So, wird das nochmal rein? Es gibt nur eine Sache, die ich mir wünsche. Dass wir, indem wir ein Länder übertreffen, eine Wechsel noch größere Höhen finden. Ein Arena Leiter Lino. Gegen den habe ich noch nicht gekämpft. Den hatte ich heute noch nicht. Hm. Klar, wirkst du doch jetzt einfach mal. Dieser... Sein Sturm ist so nervig, ne? Dieser Sturm ist echt die Hölle. Vigilität. Autsch. Irgendwie habe ich das schon erwartet, dass das passiert. Äh... Klar. Was zur Hölle? Was zur Hölle war denn das? Hm-mm. So. Hm. Okay. Hat mir aber nicht viel abgezogen, ne? Warte, kann ich Blitzkanon eigentlich einsetzen? Jo. Weil es ein Eis-Gestein ist, ne? Sprung-Feder. Mein Kopf noch ist weg. Und tschüss. Versuch zwar nur zu erlernen. Warum habe ich eigentlich beide? Siege-Lino-Arena-Leiter. Ei. Du bist eine Mauer, die ich nicht überwinden kann. Wüste oder Berg? Warum zur Hölle kriege ich jetzt da solche Gebiete? Ja. Aber ich würde sagen, bevor wir dann hier weitermachen, würde ich, ähm... Ähm... ...Ei-Gatscha machen wir mal. Was haben wir hier noch? Wir haben das. Move Up. Hab jetzt einfach gedrückt. Gewöhnliches Ei. Hm. Wir haben hier. Und wir haben das hier. Und ein Selten ist dabei. Okay. Ja. Äh... Speichere ich hier. Bände hier. Und... ...dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal da weiter, ne? Weil wir sind in Stunde 27 jetzt ungefähr. Ist schon lang genug, deswegen passt das. Na gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Pokework. Bis dann. Ciao, ciao.